Das Arbeiten mit Szenen ist für viele eine große Erleichterung im Tagesgeschäft. Deshalb haben wir auch in Version 29 versucht, diese weiter auszufeilen und zu verbessern. Ich lege mir eine neue Szene an und nutze hier mit einem Rechtsklick eine automatische Zuweisung gemäss einem Attribut. In der Auswahl hier steht uns ab Version 29 auch das Attribut Farbe zur Verfügung. Wir sehen dann gleich rechts die Auswahl des Attributs ist nicht mehr in einem kleinen Dropdown-Menü, sondern das Kontextmenü wird rechts erweitert und die Auswahl erleichtert. Für meine Szene möchte ich nun das Attribut Material und hier die zwei Material Brettschichtholzindustrie und Normal aktivieren. Dank dieser größeren Liste wird die Auswahl erheblich vereinfacht. Ich werde dann gefragt, ob ich alle Elemente mit dem gewählten Attribut zuordnen möchte. Ich bestätige ja und finde nun in dieser Szene nur noch die Elemente mit dem gewählten Material. Im Kontextmenü haben wir weiter die Möglichkeit Einstellungen für den Listenexport vorzunehmen. So kann ich hier definieren, die Listen benannt werden sollen und finde unten eine Auswahl für eine Einstellungsdatei Produktionsliste und eine Einstellungsdatei für die Stückliste. Wenn ich mit der Szene beide Listentypen ausgebe, hatte ich bisher oft das Problem, dass mir die Listen durch den Automatismus überschrieben wurden. Dafür haben wir neu ein Präfix erhalten. Ich kann hinten zum Beispiel das Präfix pl-underline und sl-underline hinterlegen. Bestätige danach und kann nun unter Exportieren Listen, Produktionsliste, die Listen aus Szenen erstellen. Habe hier eine Auswahl der möglichen Szenen, bei welchen eine Listeneinstellung hinterlegt ist. Ich wähle meine Projectalsliste aus und exportiere diese. Dasselbe für die Stückliste und sehe dann in meinem Verzeichnis, die beiden Listen wurden exportiert und ein Überschreiben der Listen durch die gleiche Namensgebung dank dieses Präfix verhindert. Möchte ich eine Szene mitsamt aller Einstellungen kopieren, finde ich unter Rechtsklick die neue Funktion Kopieren. Dies funktioniert ebenfalls mit Ctrl-C. Ich setze den Cursor auf die Szene, wähle Ctrl-C. Diese kann ich mit Rechtsklick umbenennen. Und die nötigen Einstellungen anpassen. So muss ich nicht für jede Szene die ganzen Einstellungen vornehmen, sondern kann eine bestehende Szene sie einfach kopieren und nur das Notwendige anpassen. Ebenfalls neu kann ich unter Datei, Voreinstellungen, die Szenen auch aus einer anderen Datei laden. So kann ich zum Beispiel die Szenen aus meiner init-Datei in eine Fremddatei importieren.